Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir in Frankreich in einer Paintball-Anlage. Hier schießen wir mit solchen Waffen und da sind solche Farbbällchen innen. Die sind so grün und ich zeige euch mal wie das Ganze funktioniert. Das war ein Fail. Auf jeden Fall, es tut richtig weh, wenn man da getroffen wird und ich würde sagen, wir spielen jetzt mal Fortnite in real life nach und viel Spaß. Lasst noch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Jetzt viel Spaß. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. So Leute, ich schieße jetzt mit meiner Freundin auf die zwei Dosen, die da hinten stehen mit dem Pen voll Waffen und wer seine eigene Dose als Erster getroffen hat, der hat gewonnen. Ich würde sagen, wir schießen jetzt einfach mal los und schauen mal, wer als Erster trifft. Nein. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Servus.